Hallo, mein Name ist Pusina Wienand. Ich komme aus Deutschland. Ich bin erst vor kurzem Lehr gezogen. Ich habe mich besonders für Watches entschieden, weil die Umgebung halt einfach sehr schön ist. So schöne Kuh, mit vielen Kalmen und vielen Bäumen. Die Lehrer sind eigentlich ganz nett. Was mir außerhalb gefällt, ist, dass wir hier noch ein Schlick haben, was ich super finde. Ich habe ja auch schon viele Freunde gefunden und mein Ende ist jetzt eigentlich auch sehr viel besser geworden. Ja, das war's jetzt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann.